Heute zeige ich mal, wie man in Premiere ein Standbild hinzufügen kann, um ein Video länger zu machen. Ich habe hier eine Animation von After Effects eingefügt. Und wenn ich jetzt will, dass die Animation länger dauert, indem ich am Schluss noch ein Standbild hinzufüge, dann schiebe ich meine Timeline ein wenig entfernt vom Ende in den Clip rein, sodass hier ein kleiner Abstand herrscht. Dann klicke ich die rechte Maustaste und Standbild hinzufügen. Jetzt sehen wir, dass Premiere hier einen Cut gemacht hat. Und wenn ich die Animation jetzt verlängern will, gehe ich mit der Maustaste einfach an das rechte Ende, warte bis der rote Pfeil erscheint und ziehe mir meine Animation dann einfach auf. Und schon haben wir unser Video verlängert. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss! 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 Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss!